Hallo zusammen, heute geht es um die wichtige Frage, kann ein Foto überhaupt echt sein? Was ist der Unterschied zwischen einem echten Foto und einem authentischen Foto? Was heißt das für dich als Fotograf? Was hat KI damit zu tun? Und am Ende vom Video gebe ich ein paar Tipps, wie du und warum du authentische Fotos machen solltest. In diesem Video lohnt es sich wahrscheinlich in Kommentare zu schauen. Das ist ein philosophisches Thema natürlich, über das man als Fotograf aber finde ich hin und wieder mal nachdenken sollte, beziehungsweise halt auch mit seinen Fotokumpels mal darüber diskutieren sollte. Geschichte, ich war gestern Nachmittag im Garten, meine Tochter ist fünf Jahre alt, wir haben Bogenschießen gemacht. So, dann habe ich sie fotografiert und jetzt habe ich mich bemüht, interessante Fotos zu machen, dann für die WhatsApp-Gruppe von den Eltern. Das heißt, ich habe mich ein bisschen bewegt, verschiedene Blickwinkel ausprobiert, ich habe gesagt, mach das nochmal, ich habe gesagt, drehe dich ein bisschen nach links, also ich habe Anweisungen gegeben. So, Frage ist, ist das ein echtes Foto? Aus meiner Sicht ja, weil ich habe das fotografiert, was ich da sehe, das ist kein Fotoshop drin, keine KI, ich habe ihr nicht mit KI irgendwie nachher Adlerfedern in die Haare gemacht oder sowas, sondern es ist ein echtes Foto. Ist es authentisch? Nach meiner Definition, jein. Weil ich habe Anweisungen gegeben, ich habe eingegriffen, aber es ist authentisch, weil sie hat so geschossen, wie sie halt schießt. Und wir waren bei uns im Garten, wir sind nicht nach Texas gefahren und so weiter. Also, aus meiner Sicht ist es echt und authentisch, aber man kann das Authentische hinterfragen. Ich habe nachher ein Beispiel, wo das eben nicht ist, was ein bisschen ähnlich ist. Ein sehr relevantes Beispiel, kommt gleich. So, das heißt, ich habe diese Fotos gemacht. Dann habe ich eine Nachbearbeitung, bin ich hingegangen und habe die noch ein bisschen zugeschnitten und Kontrast erhöht und so, Vignette gemacht. Also, ich habe es nachbearbeitet, aber so die 10 Sekunden Nachbearbeitung, die ich halt immer mache bei meinen Fotos. Das ändert meiner Meinung nach nichts daran, dass das Foto echt und authentisch ist. Anderes Beispiel. Du machst Reportagefotografie, du bist auf einer Demo, Berlin, 100.000 Leute und 20 machen Krawall. So, und du fotografierst nur die Leute, die Krawall machen. Im Hintergrund sieht man ganz viele Leute, aber auf dem Foto sieht das so aus, als wenn da alle Krawall machen würden. Schreibst einen Blogbeitrag, 100.000 Leute haben in Berlin Krawall gemacht. So. Deine Fotos sind echt, weil du hast das Fotografie, du hast sie nicht bearbeitet. Einfach, wie sie kommen aus der Kamera, hast du sie gemacht. Aber du hast bewusst einen Blickwinkel eingenommen, der die Situation ganz dramatisch übersteigert. Und dann schreibst du einen Blogbeitrag, der das auch noch aufgreift. Oder die Bildzeitung nimmt deine Fotos und sagt irgendwie, alle Krawalli machen Krawall in Berlin. Das Foto ist echt. Es ist authentisch. Finde ich, ist jetzt unheimlich schwierig, weil, ja, von deinem Sicht, Blickpunkt da, wo du warst, schon. Aber es gibt die Demo total falsch wieder. Eigentlich als Journalist wäre es deine Aufgabe, das neutral zu berichten. Das heißt, du müsstest in der Veröffentlichung spätestens verschiedene Fotos nehmen, die halt verschiedene Perspektiven zeigen und so weiter. Sagen 100.000 friedliche Demonstranten und 20 machen Krawall. Weil das war die echte Situation. Aber du gibst sie falsch wieder. Ähnliche Situation, du hast die gleiche Demo. 100.000 Leute demonstrieren friedlich. Nach der Demo bleiben 20 Leute da stehen und zünden Mülleimer an und schmeißen Scheiben ein und so weiter. Und du fotografierst die 20 Leute. Zu dem Zeitpunkt ist das echt, weil da sind nur die 20 Leute, alle anderen sind weg. Eigentlich ist es echt und authentisch. Aber wieder, es gibt die Demo eigentlich falsch wieder, weil es genau, der Zeitverlauf ist wichtig. Erst war es friedlich und dann ist es eskaliert. Und eigentlich erst nach der Demo. Und das ist jetzt deswegen relevant, weil im Moment kommt so ein Trend auf, ein technischer Trend, der auch richtig und wichtig ist. Leica hat damit angefangen, andere Kameraheinsteller rücken jetzt nach, dass die Kamera bereits Informationen in das Foto reinschreiben, mit denen man nachweisen kann, das Foto ist echt. Nicht. Aber damit ist gemeint, du hast das Foto gemacht, eventuell sogar der Ort, an dem das aufgenommen wurde, Datum natürlich. Und in dem Foto kann man nachher auch nachvollziehen, welche Nachbearbeitungen wurden gemacht. Aber das löst das Problem null, was ich gerade gesagt habe. Die Probleme, die ich gerade geschildert habe mit der Demo. Ja, das Foto ist echt. Zu dem Zeitpunkt, an dem Ort hast du es aufgenommen. Es zeigt einfach nicht die ganze Geschichte, sondern ein sehr verzerrtes, im Grunde falsches Bild. Aber an dem Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, an dem Ort war das richtig. Deswegen nützt dieser Mechanismus sehr wenig. Bisschen anders ist die Situation. Du bist wieder, du fotografierst die gleiche Demo und da sind die Randalierer, 20 Randalierer, 20 rechtsradikale Randalierer, Skinheads. Ganz klar zu erkennen, Skinheads, Bomberjacke und so weiter. Jetzt gehst du hin, nimmst Software in KI und du generierst den IHOK-Schnittereien, verwandelst die Bomberjacken in Lederjacken und dann sieht das so aus, als wenn da 20 linke Punker rallidiert hätten. Und du schreibst in einem Blogbeitrag, 20 linke haben da irgendwie Scheiben eingeschmissen. In den Wegkehrt waren das Skinheads. Das ist offensichtlich Fake. Und in diesem Zeitpunkt oder in dieser Situation, da greift die Software. Da würde die Software sagen, aber das Foto ist bearbeitet worden und quasi, es ist tatsächlich falsch. Also es ist kein echtes Foto, es ist nicht authentisch, es ist nicht echt und so weiter, ganz klar. Das andere war verzerrt, die Blick, aber hier ist ganz klar, das Foto ist nicht echt. Also gefaked, richtig Fake-Foto. Und diese Unterscheidung ist, glaube ich, wichtig. So, jetzt möchte ich noch kurz reden über authentische Fotos. Das ist ein Punkt, der mir persönlich auch sehr wichtig ist, weil ich sehr darauf achte, dass ich authentische Fotos mache. Ich habe mal einen Boxer fotografiert, einen Profiboxer, der Wettkämpfe gewinnt. In der Vorbereitung für das Shooting habe ich mir Ideen gesammelt. Ich habe ein paar Fotos, Ideen gesammelt von anderen Fotografen von Boxern. Die habe ich ihm gezeigt und das überlegt haben, was wollen wir machen. Und da war ein Foto, da war ein Boxer, der gerade so schlägt, so ganz weit ausholt, irgendwie schlägt. Es sah sehr dramatisch aus. Ich fand das Foto cool. Ich habe vom Boxer keine Ahnung. Ich fand das cool, es sah dramatisch aus. Es war ein Profifotograf und ein Profiboxer. Ich zeige, meinem Boxer zeige ich das Foto und er sagt, das ist Fake. Das ist kein echter Boxer. So würde ein Boxer nie schlagen. Ja, aber es war ein Profiboxer. Da hat der Fotograf ihm falsche Anweisungen gegeben. Der Fotograf hat ein Bild im Kopf. Der Boxer hat wahrscheinlich so geboxt und das sah doof aus. Dann hat er gesagt, nimm doch mal einen Arm hoch, schlag doch mal so wie bei Spencer. Und dann hat er geschlagen wie bei Spencer, aber so würde ein Boxer halt nicht schlagen. Aber das Foto sah dramatisch aus. Jetzt kann man sagen, das Foto ist echt, weil kein Photoshop, das war der Boxer und die Situation war echt und so weiter. Aber es ist nicht authentisch, weil der Boxer würde nie so schlagen. Und jeder, der ein bisschen Ahnung von Boxen hat, sieht das Foto und sagt, ja, das ist Fake. Dann ist es doch eigentlich kein gutes Foto. Ich bin drauf reingefallen, weil ich keine Ahnung von Boxen habe. Aber es ist sehr praxisrelevant. Ich führe das aus. Ich habe schon öfter Handwerker fotografiert, Handwerker bei der Arbeit. Dann ist er oder sie da halt am Werkeln. Und wenn ich das fotografiere, dann versuche ich die Person gut aussehen zu lassen. Das heißt, ich gucke nach dem Licht, ich versuche mich so zu positionieren. Idealerweise erzeuge ich gutes Licht, indem ich mich bewege. Und manchmal sage ich, kann man die Lampe so ein bisschen drehen oder kannst du dich ein bisschen drehen, damit das Licht vom Fenster kommt und so. Und dann ist das Foto echt und authentisch. Da spricht doch gar nichts dagegen, zu sagen, ich drehe eine Lampe, damit die Person besser beleuchtet wird. Das ist trotzdem echt und authentisch. Schwieriger ist es, wenn ich sage, kannst du nicht die linke Hand nehmen und erst Rechtshänder. Oder kannst du nicht was anderes machen, das sieht dramatischer aus wie mit dem Boxer. Und der Handwerker sagt, ja, nee, so würde ich nie arbeiten. Und ich sage, ach komm, das sieht besser aus. Und überrede ihn dazu, das zu machen. Und hier der andere Handwerker guckt den an und sagt, so wird man doch nie hämmern, so wird man doch nie sägen, so wird man doch nie bohren. Dann sind die Fotos schlecht, nach meiner Definition. Du kannst es anders sehen, weil du sagst, das Foto sieht cooler aus. Und ich sage, ja, aber es ist nicht authentisch, weil niemand würde so arbeiten. Und dessen wäre ich mir sehr bewusst. Also ich persönlich bin der Meinung, gutes Foto, also ein reportage Foto wäre das ja in dem Fall bei einem Handwerker oder bei einem Boxer ein bisschen schwieriger. Aber es sollte authentisch sein. Wenn du Fotos machst und jemand, der Ahnung von der Materie hat, sagt dir, das ist aber jetzt wirklich Quatsch, was der da macht, dann ist es nicht gut. Aber es ist in der Praxis sehr häufig so. Ich habe gestern Abend, ich gucke mal bei meiner Frau gerade, Yellowstone, die Serie auf Netflix. So, gestern Abend war der Kevin Kostner, der hatte ein Magengeschwür und das ist irgendwie aufgebrochen auf der Weide. Und da war gerade die Tierärztin, meine Frau ist Tierärztin, und dann hat die Tierärztin ihn geröntgt und gesehen Magengeschwür. So, meine Frau sagt ja, auf dem Röntgengerät sieht man kein Magengeschwür. Also es war nicht authentisch, es war dramatisch und action und blutig und so. Also tolle Szene im Grunde, aber man hätte halt ein CT nehmen müssen, aber so ein mobiler Tierarzt hat natürlich kein CT dabei. Der hat ein Röntgengerät dabei für die Pferde und Kühe und damit sieht man Magengeschwür nicht. Also es war fake, aber es war dramatisch und eine gute Unterhaltung. Und wenn meine Frau das nicht gesagt hätte, ich hätte es nicht gemerkt. Also ja, kann man machen, muss man nicht machen. Das ist auch so eine Szene zum Beispiel mit Rambo. Rambo, Sylvester Stallone, der hat in jedem zweiten Film ist irgendwie ein Messer am Schmieden. Und da habe ich mal irgendwo gelesen, dass ein richtiger Schmied gesagt hat, das ist völlig falsch, was er da macht. Das ist eine echte Schmiede, also alles, die Kulisse ist richtig, die ist echt, authentisch. Aber so wie er arbeitet, würde ein Schmied nie arbeiten. Da frage ich mich so ein bisschen, Mensch, das hätte sich doch wirklich gelohnt, dass er sich das mal einmal zeigen lässt, wie man das macht. Und das hat den Hammer, der irgendwie richtig schwingt und so weiter. Wäre authentischer. Und es hätte an der Dramatik auch nichts verändert. Die Szene wäre ja trotzdem toll und so. Was heißt das jetzt für dich? Praxisbeispiel, du bist bei dir zu Hause mit deiner Familie, ihr spielt, Mensch, ärgere dich nicht. Und du sagst, oh, wir haben so einen tollen Abend, das will ich als Fotofest einfangen. Dann wirst du ja genauso, wie ich das immer mache, wirst du die Kamera nehmen und dich ein bisschen bewegen. Guck mal, aus welchem Blickwinkel sieht das gut aus. Und du versuchst, die Situation einzufangen, ein bisschen übersteigert. Also du sagst zum Beispiel zu deiner Tochter, würfel nochmal und würfel besonders schwungvoll, dass der Würfel auf mich zurollt. Und dann rollt der Würfel so auf die Kamera zu. Ist das echt? Ja. Ist das authentisch? Ja. Weil ihr habt da dramatisch gewürfelt und gelacht und so weiter und so fort. Warum denn nicht? Es ist ein Stück weit fake, weil du Anweisungen gibst und weil deine Tochter vielleicht nicht so genau so würfeln würde. Sie würde halt mit dem Würfelbecher so würfeln, statt den so nach vorne rollen zu lassen. Aber das Foto sieht dramatischer aus. Aber es ist trotzdem authentisch, weil sie könnte ja so würfeln. Das spricht dann extra gegen. Finde ich völlig okay und finde ich im Grunde auch richtig und besser als ein langweiliges Foto. Weil du willst ja ein cooles Erinnerungsfoto haben. Ihr habt einen spaßigen Abend gehabt und du versuchst in einem Foto einzufangen, dass ihr Spaß habt, dass Dynamik da war, dass ihr gelacht habt und so weiter, dass die Würfel über den Tisch geflogen sind. Das versuchst du ja in einem Foto einzufangen. Und das kannst du nicht mit einem langweiligen Foto, sondern da musst du halt ein bisschen inszenieren. Und das finde ich völlig okay im privaten Bereich. Du fotografierst deine Nachbarin und gibst dir Mühe, dass sie gut aussieht. Du stellst sie ins richtige Licht und so weiter. Es ist deine Aufgabe als Fotograf, die Leute, die du fotografierst, gut aussehen zu lassen, wenn das so im privaten Umfeld ist und nicht Reportage ist. Dann ist das wichtig und deine Aufgabe. Und dann geht es primär darum, dass die Leute gut aussehen. Und es ist nicht entscheidend, ob das authentisch ist oder echt ist. Aber wenn du Reportage-Style machst, dann sollte das, wie gesagt, echt sein. Oder du hast einen Sohn und dein Sohn möchte gerne ein Foto von sich als Astronaut. Und du gehst halt hin und machst mit KI sein Gesicht auf den Astronauten raufgepflanzt und so weiter und habt ihr ein cooles Foto. Und habt euch nicht die Mühe gemacht, ein Kostüm zu kaufen, sondern habt das halt mit KI am Computer gemacht. Dann ist das Fake. Ja und? Aber wenn es euch beiden gefällt und ihr Spaß daran habt und du schickst es den Eltern und alle freuen sich und finden das lustig. Na und? Das spricht doch gar nichts dagegen. Das ist doch richtig und gut so. Und damit komme ich ein bisschen zum Schluss. Man muss natürlich unterscheiden zwischen Reportage-Fotografie, wie ich es gesagt habe. Da ist es wichtig, dass man das Gesamtbild macht. Das wird immer wichtiger, dass wir nachweisen, dass die Fotos echt sind. Mit Zertifizierung, ja. Aber eben auch, dass sie halt eben objektiv sind und dass sie eben verschiedene Blickwinkel haben. Und ich glaube, die Probleme ist ein bisschen erklärt. Das wird immer wichtiger. Es war schon immer wichtig, aber es wird natürlich immer wichtiger heutzutage. In Verbindung mit der Echtheit. Also die ist schon wichtig in der Reportage-Fotografie. Für mich privat, als privater Vater, Familienmensch, ist das überhaupt gar kein Thema. Ich nehme so viel KI oder nicht KI, wie ich halt Lust habe und mal mehr, mal weniger und in der Regel nicht, aber manchmal halt schon irgendwie und man bastelt mal was und so. Oder ich nutze KI, um irgendwie ein störendes Element wegzunehmen für meine privaten Fotos. Na und? Da spricht doch überhaupt gar nichts dagegen. Solange es dir und euch gefällt. Das ist ja das Wichtige. Weil Fotografie ist ja immer auch Kunst. Ich meine, was darf man zeichnen? Darf man zeichnen, dass dein Sohn ein Astronaut ist? Klar, darfst du das zeichnen, wenn du es kannst. Wenn du es nicht kannst, machst du halt KI. Na und? Ja, es ist offensichtlich Fake. Aber es ist noch nicht schlimm, wenn es euch gefällt und Spaß macht. Und da darf man sich, glaube ich, auch nicht verrückt machen lassen. Ja. Das war so ein bisschen ein philosophisches Thema. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Kommentarschreiben und Lesen. Lass gerne deine Meinung da, was du zu dem Thema siehst und wie du damit umgehst, dass immer mehr Fotos Fake sind. Und es immer leichter wird, natürlich auch die zu Faken. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.